Hey Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Resident Evil 7. Alter, ich bin so gespannt, was jetzt hier noch passiert, was jetzt hier abgeht, Alter. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in einem Spiel so gespannt war, wie die Story weiter... Wie die Story weitergeht. Der Rollstuhl der Oma. Leute, wir haben so recht. Sie ist nicht da! Sie ist weg! Sie ist weg! Alter, ach, hier sind wir. Warte mal, dann war doch hier... da. E001. Die Oma. Oh Gott, ich hab recht. Und ich denk mir das schon eine ganze Weile. Am Anfang hab ich nur gedacht mit Eve, okay, wer weiß, wie lange das her ist. Vielleicht ist sie dann die Oma. Aber dass das ein Zellverfall ist, das hab ich nicht bedacht. Aber sind wir infiziert, wenn wir jetzt schon Halluzinationen haben? Jasmin! Fuck you, Eve. Äh. Sie ist eine Halluzination. Das ist deine Schuld. Warum sehe ich das? Du bist infiziert. Leute, wir sind infiziert. Ethan? Ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Aber das hättest du nicht tun dürfen. Das tat verdammt Bill! Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Das ist alles gar nicht echt. Leute, das ist gar nicht echt. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo ich hin muss. Dachbohrn? 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 Ich spiele nicht. Ich spiele nicht. Schaff das weg von mir! Äh. Dachbohrn? 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 Alter, was, 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 wow, ja, ja, mach du mal. Alter, was geht denn mit ihr ab? Nein, 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 doch, doch, doch. Warum hassen mich alle? Ähm. Das sieht nicht aus wie ein Ende. Oh, fuck. Oh, fuck. Ähm. Was soll ich tun? Oh. 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 Oh, mein Zeh. Oh. 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 Das geht nicht gut aus. Ach komm! Die Waffe! Na komm! Komm schon! Schluss mit den Spielchen! Zeig dich! Kein Date mit dir! Die Waffe! Die Fache? Ich bin Redfield. Nur, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Ethan? Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Umbrella Corporation. Habt ihr das gesehen? What the fuck? Du hast gesagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mia's Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorne anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Das Ende wirft so viele Fragen auf. Und das jetzt noch die Umbrella Corporation aufgetaucht ist, das... Wow. Und Redfield. Willst du mich verarschen? Und jetzt frage ich mich einfach, es gibt jetzt zwei Erklärungen für das Ende. Weil dieser komische Spruch dann... Ich meine, das ist so ein cooler Spruch, wenn man sagt, zum Glück haben wir sie gefunden. Und du sagst dann, wieso hat das so lange gedauert, obwohl du gar nicht weißt, dass sie nach dir suchen. Das könnte aber auch sein. Und jetzt kommt's. Was, wenn wir zur Umbrella Corporation gehören? Denn als es im Funkspruch hieß, dass die verschlüsselte Nachrichten zu einem Dritten haben, sagte der eine, du weißt, wer das ist. Und dann haben die anderen gesagt, ja, er ist da in der Mine. Wir waren in der Mine. Oder so ähnlich. Leute, ich bin völlig maximal verwirrt. Richtig geiles Game. Mir übelst viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich wie immer bei euch allen für jeden coolen Kommentar. Für jeden Daumen nach oben. Für jeden, der drangeblieben ist und gerne eingeschaltet hat. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Viel viel mehr, als ich dachte. Capcom hat hier richtig abgeliefert, Alter. Richtig Hardcore. Macht Bock auf mehr. Ich hoffe, dass da die nächsten Resident Evil Teile auch in diese Richtung gehen. War richtig gut, Alter. Und ich hoffe, wir alle sehen uns in einem der nächsten Projekte wieder oder vielleicht schon in den laufenden. Und denkt dran, ich bleib auch dann noch euer Semi. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten producers.